Hallo Leute Pedro hier und heute werde ich und heute werde werde ich CD-AW spielen. Wie ihr es sehen konntet, ich werde jetzt anfangen. Ich mache ein Cut bis ich online bin. Hier ist es Leute. Jetzt bin ich im Online Modus, das heißt Multiplayer, weil mein Spiel ist auf Englisch, ich weiß nicht. Ich habe ihn auf Englisch gekauft, weil ich nicht auf Deutsch gekauft habe, weil es nicht gab, also ich habe es nicht gesehen. Dann gehen wir online spielen und wir spielen vielleicht bei DLC-Maps. Warum? Weil die normale finde ich nicht so cool. So, jetzt. Ja, ich bin, ich habe schon gespielt, ja. Ich bin jetzt Prestige 3 Level 31. Ich bin nicht so gut, weil ich mich in diesen Spielen ja nicht so gut konzentrieren kann. Wie meine, wie mein Kollege, wie zum Beispiel. Weil er ist schon Prestige, Gold Prestige, Gold Prestige 1 Level 27. Ja, er ist ja richtig gut. Und er hat jetzt Obsidian Steed und Inferno. Ja. Hier könnt ihr meine Klasse sehen. Ich habe eine Speak Easy, Breakneck, Balzin und Sanche Inferno, P-Type, Exploit, ARX, ARX, 160 Steel White. Aber ich habe auch noch andere, wie zum Beispiel S12 Quiet Time, Bulldog Face Hammer und AE4 Shocker. Ah, ich habe da etwas nach, äh, okay. Es ist Kongo. Okay. Spielen wir den Super Easy? Wir spielen Moshpit. Moshpit ist eine Variante, äh, ist zufällig eine Mode von Spielern. Wie zum Beispiel Team Deathmatch, Hardpoint und so weiter. Auch für DLC Maps kann man die spielen und es kommt zufällige Mode, um zu spielen. Ich hoffe, dass ich ein Game Fan finde. Und nein, ich finde es nicht. Dann gehen wir eben, ich, ja, sehen ob Infected da ist. Und dann mache ich als Titel Infected oder auch nicht, wenn es nicht findet. Und es hat nicht gefunden. Äh, nein, dann sehen wir heute hier. Auch nicht. Ähm, dann spielen wir eben Hardcore, und zwar Domination. Weil es gibt, es gibt, es gibt noch Späten. Aber ich habe lieber Domination, äh, ich habe lieber Domination. Und es hat nichts gefunden. Ich muss jetzt Moshpit sehen. Und bitte. Wow. Nur ein. Nur eins. Ist da. Ja. Ich warte nicht. Das geht nicht. Ähm, dann gehen wir eben bei Grapple. Und wir machen... Wir machen... Wir machen... Grapple, Moshpit, äh, Supermäßig. Das ist auf DLC Maps. Und nichts gefunden. Eigentlich ist das nicht so gut. Aber... Dann gehen wir mal. Nein. Dann gehen wir auf den Standard-Playlist und wir spielen Moshpit. Oh. Nein. Keiner da. Ich werde denn jetzt Team Deathmatch suchen. Nur. Nur sie zwei. Meine Gute. Es geht ja aber nicht. Money. Jetzt sind wir Domination. Und ein Game, ja. Ich warte jetzt, weil ich will, tschüss, noch ein Spieler. Und... Und... Ich will a Riot. Ich will a Riot. Oh ja. Das Sound. Oh nein. Jetzt ist er weggegangen. Ein bisschen mehr Angst. Ah. Okay. Ich will... Nachden. Chéuze. Oh nein. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh nein, es blockt. Nein, bitte nicht. Nein, nein, halt. Nein, es blockt. Nein, das geht ja aber nicht. Nein, das geht ja aber nicht. Mal gar kein Player hat einen Kill gemacht. Jetzt geht das. Ja, gute Idee. Nein. 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 Stopp mal mit Puppe. Ja, gut so. Nein. Scheiß. Er hat mich gekillt. Nein. Nein. Also ich hole lieber Dein Swiggy. Es ist lieber. Nein. Come on. Nein. Nicht blocken. Bitte. Okay. Das ist gut. Nein. Halt auf mit blocken. Der scheiß Arschloch. Danke für den Kettel. Das spielt er. Ist sehr chillisch. Oh scheiße. Nein. Halt auf zu blocken. Was? Es ist nervt. Es ist nervt. Es ist nervt. Securing A. Und jetzt. Securing A. Securing A. Und dann. Securing A. Okay. Keine da. Ja, das ist keiner. Ich weiß nicht. Wo ist der hingegangen? Wo ist der hingegangen? Oh nein, es blockt wieder. Es blockt wieder die Scheißfried. Es blockt wieder. Es blockt wieder. Kann ja nicht sein. Nein. Bitte. Halt auf. Oh meh. Du scheiß Arschloch. Oh. Oh. Seht ihr. Er kriegt. Er kriegt mich. Aber ich ihn nicht. Und das. Oh nein. Halt auf mit dem Scheißblocking. Nein, nein, nein. Das geht nicht. Ich gehe aus dem Spiel. Das geht einfach nicht. Jetzt werde ich meine Supply Dog Challenge machen. Das heißt, ich muss drei Uplinks machen. Oder drei Uplinks. Äh. Games. Äh. Gewinnen. Ich weiß nicht. Gehen wir mal sehen. Ja, es ist drei Uplink-Matches gewinnen. Okay. Dann geben wir meinen Uplink. Und den Malo will es da nicht. Äh. Und ich habe nichts gefunden. Serge ist ruhig. Bitte. Ja. Dann kriege ich hier mehr XP. Ich glaube, es bleibt verdeut Writer väl andet bedeutente. Nein, nein. Der ist besser. Neen? Die Abijau. Ja. Ich habe alle Waffen, die sie haben. Bitte mehr Spieler, nein, wirklich nein, dann bye bye. Leute, ich spiele jetzt nur ein Game und zwar One Shot. Ich spiele nicht mit der Sniper, wenn es nicht geht. Aber es geht nicht. Und jetzt werde ich infected. Mal sehen, nichts. Jetzt Gun Game, was richtig scheiß ist. Nein, auch nicht. Skyrise. Das ist eine DLC Map. Bitte, bitte. Nein, nein. Ich gehe mal sehen, Team Deathmatch. Ja, geht das? Bitte. Ja, das geht. Jetzt spiele ich nur diesen Match. Und dann mache ich noch einen anderen Match. Und dann mache ich das Video fertig. Und dann filme ich, äh, AW Zombies. Nur noch dieses Match. Und zwar Team Deathmatch. Mal sehen, ob es blockt oder nicht. Ich hoffe, dass es nicht blockt. Ich hoffe, dass es nicht blockt. Spielen wir eben mit den Fernverlierten. Ja, das geht. Mal sehen, da oben ist immer ein fucking Nachschluck. Ja, ich weiß nicht. Ich wusste das. Nein, aber er ist nicht gestorben. Mit meinen Garnaten. Gestorben. Gestorben ist der nicht. Wo? Wo bist du? Warte. 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 Nein, wie kriegt der mich? Spielt der wirklich mit einer MK14? Oh mein Gott. Ich sehe nie, nie einen Spieler mit einer MK14 online spielen. Was? Er ist wirklich gut. Also Leute, ich bin nicht ganz gut. Falk nicht. Nicht warum. Ich bin einfach nicht für diese Games gemacht. Wo ist er? Ah, nicht warum. Okay. Mal sehen, ob er hier ist. Jetzt bin ich mir sicher, dass er da ist. Ich bin mir sicher, dass er da ist. Und Longshot. Das ist ein guter Schutt. Mal jetzt ziehen. Wo ist der? Nein. Scheiß. Da hat er jetzt seine Betrag. Eine... ja. Eine Schnellfeuerwache. Gut so. Jetzt hier. Nein. Geht nicht. Jetzt mal sehen hier. Ob jemand hier kommt. Da. Nein. Wie kann er? Was? Ah. Okay. Er hat auch IP. Das verstehe ich schon. gar nicht. Aber wenn du eine Scheiße befrisst, dann verstehe ich gar nicht warum. Oh. Sie sind hinterher. Wie ist das denn? Ah. Nein. Entschuldigung. Oh. Oh. Das war schön. So. Jetzt lieber hinter mir. Oh. Das war schön. Ruter. Nein. Nein. Lieber nicht. Nein. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Oh. Stopp. 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 Nein. Stopp. Bitte. Du warst bald tot. Und ich habe dich nicht gesehen, weil das Blut für mein Gesicht war. ab. Oh. Oh. Da war es immer noch. Oh. 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 Tipp mich mal in die Eier. Eine gute. Bitte. 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 Sterbt. Ja, es ist gut so. Wie viele Kinder habe ich schon sechs und acht Mal gestoppt? Ich habe es euch gesagt. Ich bin nicht ein Profi. Ich bin einfach nicht gemacht. Habe ich jetzt eine Waffe? Okay. Ich habe meine Scheiße an. Wir werden mal sehen. Hier ist ein Lugin. Aber nicht. Nein. Nein. Ich muss extend den Max für diese scheiß Inferno haben. Nein. Wie kriegt der uns? Ich weiß nicht. Oh. Ich habe ihn. Ist okay. Jetzt mal schnell laufen. Mal so machen. Und mal hinten aufpassen. Der fucking Bitch ist. Nein. Wie? Ich habe tausend Mal auf ihn geschossen. Wo ist er? Ich habe meine Nase. Ach so. Ach so. Nein. Das war ein anderer. Das war ein anderer. Ich komme hier mit einem Stor. Ich habe ihn geschossen. Irgendwie. Nein. Kein Bominion. Kein Bominion. Kein Bominion. Okay. Okay. Genau. Hier ist ein Lugin. Ja. Aber ich bin gestorben. Oh. Wann ist dieser Scheiß fertig? Nein. Warum? Kann ich jetzt nicht da rauf gehen? Nein. Wie? Einer da und einer da. Sie können mich wirklich. Meine Gute. Kann man besser sehen? Oh. Ja. Schlaf ist. Tot. Ja. Es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Es ist richtig gut. Weil ich habe ihn mit der Granate gekannt. Komm zurück. Komm zurück. Nein. Nein. Ich habe nicht gemeint, dass er da war. Nein. Leute. Seht mal. 9.17. Ich sagte euch. Ich bin nicht ein Profi. Und hier bist du toter Bitschi. So. Was? Ich habe tausendmal auf ihn geschossen. Der ist aber nicht gestorben. Oder was? Das ist wirklich ein Schicker. Und so. Ich habe ihn verloren. 65. 100. Wow. Wirklich. Mal sehen jetzt. Das habe ich nicht. Wow. Das war perfekt. Aber richtig schön. Nein. Ihr könnt ja sehen. Ich bin wirklich nicht gut. Ich werde jetzt nur meinen Supply Drop aufmachen. Dann halte ich diesen Video auf. Auf. Wow. Guter. 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 Okay. Jetzt mal sehen. Bitte etwas Gutes. Wow. Okay. Dies ist gut. Scheiß. Okay. Das ist aber auch gut. Ähm. Ich weiß. Ich ähm. Ihr könnt meine Arme schauen. Das heißt wo meine Waffe sind. Und ich mache von Rerati. Das heißt. A4 Shocker. Amelie Waylon. A. M. R. 9. Pro Pipe. A. 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 das heißt den ding da mit dem pfeil um zu schießen auf elite ich habe die em1 ich habe epm 3 bonafide ich habe imr thundertusk ich habe k5 britney k5 spanner mk14 eclipse moch's silverbullet moch's the doctor na45 ravager na45 screaming o restless pdw chucker pdw crusher ptec exploit rb1 holiday sn6 the third tag 19 bangstick xmg brennwetter ich weiß ich ich möchte euch auch die andere waffen weisen auf professionell aber das geht leider nicht weil das video schon zu lange ist dann bis nächstes mal liked und subscribe abonnieren bitte